Schau mal Bob, er trägt immer seine Köpfhörer. Ja, genau. Er mag zu viel Musik hören, besonders schabisch. Also, habt ihr gut in der Kontrollarbeit gearbeitet? Ja, gar nicht. Wie immer, Nurmunja hat gut gearbeitet. Ja, natürlich. Ach so, wo ist sie jetzt? Hat jemand sie gesehen? Ich sah sie doch, allein sitzen. Ja, komm, komm Lilja. Sag, warum sah sie allein? Was hast du, liebe Freundin? Warum sitzt du allein? Komm und setz dich zu uns. Ihr nervt mich. Wir wollen bald unsere Arbeit der Lehrerin geben. Und ihr lacht noch? Sie hat recht, ja. Also, hier imächte mir bef háb. Entschuldigung. Kaffee Ich habe das Körpers. Ja, das ist toll. Ich bin ein bisschen besser. Ich bin ein bisschen besser. Hey, ich rede mit euch. Wie wolltet ihr, dass wir gute Note bekommen und ihr lacht die ganze Zeit? Warum beginnen wir nicht mit der Arbeit? Du hast recht. Ja, es ist Zeit für Arbeit. Ja, sagen Sie, wir arbeiten jetzt. Was meint ihr? Oh, wir überfassen mit den Schreiben. Nein, nein, was sagt ihr über Umweltverschmutzung? Das Thema mit der Schaffung, ich will euch am besten. Wartet, wartet, ich habe eine tolle Idee.